Und ich muss sagen, ich hab schonmal... Einmal habe ich 1000 Uhr Esterler gewonnen, ohne etwas dazu zu tun. Und dann habe ich ein paar Halbschuhkornen, ein paar Bergschuhkornen. Auch nicht schlecht. Aber gut, jetzt sind wir auf jeden Fall gerade. Und du kannst dich kurz schließen in Spanien, wenn du von meiner Spanien bist, ne? Ah, ja. Bouldern. Boxen. Na ja, hat ja was gemeinsam, ne? Zumindest das B. Ja, das scheint gut aus. Doch, man steht sogar nicht. Wenn es echt zu weit wäre, würde ich einfach rausrutschen. Nach ist es aber, ist ja auch nicht tief, das kann ich dir. Ja, auf jeden Fall, die nehmen wir auf jeden Fall. Das schaut schon mal gut aus. Und dann brauche ich noch ein Säckchen für Magnesium. Durchboxen. Kreativ. Deswegen. Das wäre auch noch ganz schön. Es soll gar nicht am Gürtel hängen. Also muss nicht extra innen nochmal verschlossen sein, sondern... Also nur zwischendrin, das wird in die Mitte gestellt. So ungefähr. Vielleicht kommt es mal später beim Klettern zum Einsatz. Weil wir erstmal gebrannt haben. Ja, ich habe zum Beispiel, in meinem Auge, habe ich so einen großen Magnesiebeutel. Echt? Der so. Ja. Und dann nehme ich halt mit einem Kaffeekraft. Das stimmt. Das Kaffeekraft. Der hier auf und dann stelle ich ihn halt einfach irgendwo hin. Ja, eben genau so. Weil wenn ihr dann runter springt, dann springt meistens hinten das Magnesium raus. Genau, das ist blöd. Das will ich auch vermeiden, dann bringen Sie sich die Zahl auf. Das stimmt. Also die nehmen wir auf jeden Fall, weil die sind klasse. Bouldern und Boxen für den Bike on Tour. Ja, da war damals auch der Autor gesehen. Und dann hat man der Jesus, das ist der Chef. Echt? So heißt der Name. Und dann haben wir einen 1.000 Dollar Rutschein überreicht. Oh, man. Es ist Ski-Time. Nein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin zufrieden. So. Ein kleines Säckchen irgendwie. 13, 14 Euro, 17 Euro, 16 Euro. Ja, ja, das ist groß sein, das ist jetzt nicht so. Ich denke, der wäre irgendeine schön neutrale Farbe. Ja, der wird von dem Grundschirm. Und so schwarz-grau ist und zwar in Richtung. Ski von galakon.tv. Bei Vizeprägen gibt es auch einen guten, sehr guten Schließungs. Heute schon Ski gecheckt. Filmbike. Und du? Ski. Äh, Ski. Ski. Ja, zwei, zwei. Ski. Fing size L тел auf. Hehehe. Ja, weiß genau. Fast perfekt. So. Z. Z.